Ein herzliches Willkommen bei der Metze Power League 2 Pogenstedt in gegen Rangers, Rangers gegen Pogenstedt in, je nachdem wie man sehen will. Was auf jeden Fall gesetzt ist, ist der Ending, der die Rangers spielt. Ja, die Rangers gegen den letzten Pogenstedt in, ist 10. die Rangers, 5. Derzeit wollen daher auch eben oben mitspielen, d.h. die wollen da was holen. Nein. Oh, das war jetzt sehr überraschend. Ein wichtiges Tor für Pogenstedt in, ein sehr wichtiges. Ja, damit wäre ein neuer Stand 1 zu 0, damit würde er sich Pogen schon auf Platz 8 vorschlagen. Aber die Rangers sind die Rangers und die können spielen. Im Cup Viertelfinale, da haben sie sich gut überzeugt, im Achtelfinale gegen Paris. Auch in Glasgow haben sie gezeigt, wer die Nummer 1 ist. Und kann er als Zeugnis torschen sind. Tor schon zu müssen, führender. Somit steht man wieder bei 0. in your face, bitch. Alter, wart vielleicht bis wir da ist. aber das hat man gar nicht mehr laufen sondern kilometer und energie Gott sei Dank. Und auch die schlechte offensivere Mid-Exeter City gemeinsam. 14 Gegenpreis haben wir schon bekommen. Aber jetzt mit dem 15. Alter. Nein. Brotl. Lass es ruhig raus. Er spielt so scheiße. Ich weiß schon, wie Abstände wir dadurch. Ich glaube, ich weiß schon. Und das wird's ihr sein, Alter. Kandias. Die Flug für die Rangers. Erstes Jahr Pogernstedt, zweites Jahr Chicago Fire. Dafür fühlen sich Rangers auf den zweiten Platz verschieben. Auf den Relegationsplatz. Ja, passt ihm noch zu. Ja, komm, eine. Ja. Kent. Kent er noch. Mocht aber nicht. Oh. 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 Oh Nein Ja, wirklich schon sehr gefährlich über die Seiten Etzaja 3, 2, 1 Auch die Winters hat eine sehr gute und starke Offensive Und wenn das Spiel so ausgeht, dann scheint es auch, kann man sagen, vielleicht sogar ein Fünfkampf zu werden Ich habe eine sehr gute und starke Offensive ja fünf kampf zwischen wien ja also derzeit wieder der fünf kampf zwischen der ersten fünf bei paris rangers wie die krakau und sette wo hat er spielt nur selteck mit bei mir lotte ist schon mit vier punkten hinter selteck und nicole city ebenfalls aber nicole city hat ja noch ein spiel also hat der zeit noch ist noch nicht falsch oder so noch sind ist er noch ein spiel noch ist nicht halbzeit stimmt oder schön durch das kann ich aber vielleicht spielst du doch nach so jetzt ist halbzeit ja ja Oh. Ja. Direkt probiert. Alter. Was? Der rempelt mich nicht. Na gescheißen, Alter. Gibt's ja nicht. Was bist du für eine Pussy, Alter? Ich glaube bei jedem Ballbögen, Alter. Du bist aber schon bald schlimmer als da. Schobesberg, Alter. Ich bin fast. Ja! Klammer hier! Der war schön. 4-2-1. Ja, viele Tore in den letzten zwei Spielen. Na, der war schlecht. Boah. Jungs. Vielen Dank. Uhhh. Das ist deinem Mann. Der ist dann ein Hörbögen. Stimme? Nein! Absatz Oh, da bist du abseits Absatz mal Seh ich nicht denn Also die Stürmer bei Obwohl wir könnten den eigentlich Buchen wir nochmal Haben derzeit Insgesamt Zwei Tore und Ein Assistent aus dem Cup Tch Ja, sind die Mittelfeldspieler stark Ja, die Außenbahnen Ja, kann der es Kent, Goens Oh, die habe ich gar nicht gesehen mit dem Cup Danke Danke Danke, McLeod Oh, da hieß die Danke Danke Das war mal jetzt sehr hart Das war aber schon vom Ball Puh, das hat es gar nicht so Gibt es aber auch So ist eindeutig Ball gespielt Da flieh, das Spiel ist da nicht geflogen Oh, da Schade Nein Oh Das war jetzt ein Moment gewesen, der Neustür 52 52 Lachen Lachen nicht, Leute Lachen nicht, Singles 53 Ich weiß Ich weiß Dann fahre ich doch vielleicht mal Sie ist sehr stark Oh ja Eigentlich so Von den Attributen her nicht Das ist ja das Bewerse Aber trotzdem geht ab Genau Nachdrehen Sicher ein Anwärter für den Jungs Ja Kopfschmerzen Meine Stimme hat er Also einer meiner Stimme dazu Bin ich gespannt, wer unter die 10 kommt Ja, es wird mich schon einer Wenn ich wählen werde für die 10 Also wir müssen auch schon 10 Ich dachte von den 10 müssen wir erst wählen Nein, wir müssen von den 10 und dann müssen wir von den 10 Okay Was von den 10 und dann von den 10 Mhm Ich dachte wir kriegen welche vorgegeben Ja Ja Ich dachte wir haben die 10 ausgewählt und dann werden die ausgewählt Und dann werden die ausgewählt Alles demokratisch Keine Zickzackdruck mehr Aber was anderes sinds doch in Tirol nicht gewohnt Oh Oh Ja Ja pass Oida 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 Du hast es wohl nicht nötig, dass du dich schmeißt, oder? Da darfst du ihn fallen Haben wir eine Stimme gefunden Der Ball rein schieben kann Der Ball rein schieben kann Naja, gibt sicher welche Die das nicht können Und da man so attackieren Das ist der Art Samstag 150 Meter raus Und eine rote Karte Daher auch nicht Da auch nicht War nichts Boah Hast du die haben schießen lassen gleich Ich dachte Was ist ein neues da? Der Turnbull ist einer der Auswechslungsspieler Der Auswechslungsspieler ist auch noch 55 Machen wir es doch spektakulär Match ist eh weiss Scheiße Ja, also wenn du es gewinnt Dieses Spiel Mit 4 zu 1 Und wie sehen wir es heute schon? Na gut, macht es gut Ciao, Papa!